Ich war heute in Los Angeles auf einem Lakers-Spiel und hier dank LeBron James richtig einreihen. Und mit dabei sind natürlich wie immer zwei Pokémon-Booster. Und wir schauen einfach mal, ob LeBron James uns auch mal ein bisschen Glück bringt. So, schauen wir mal rein. Die ersten Comments, Magnetor, auch schon mal ziemlich geiles Artwork. Komm schon, jetzt nen Hit wär richtig, richtig nice. Und... Leider gar nichts, schade. Aber ob sie den Flammen, könnte was gönnen. Ich könnte immer noch den Sklura gebrauchen mehr. Richtig, richtig nice. Schauen wir mal rein, was wir da jetzt ziehen und komm schon, gönnen was richtig geiles. Sonnenfell, hopp, los. Yeah. Nein. Aber für mehr Videos, lass gerne ein Like und ein Abo da.